die beiden kleinen soldaten jeden sonntag gingen die beiden soldaten sobald sie urlaub bekommen hatten spazieren nachdem sie die kaserne verlassen bogen sie nach rechts ab liefen mit eiligen schritten durch courbois als ob sie eine militärische übung vor hätten dann verlangsamten sie ihren schritt sobald sie aus den häusern herausgekommen waren und gingen nun die große staubige kahle chaussee entlang die nach baison führte sie waren klein mager und versanken ganz in ihrem zu weiten und zu langen uniformrock dessen ärmel bis auf die hand herab reichten die rote hose die gleichfalls zu weit war hinderte sie so daß sie breitbeinig gehen mußten um schneller vorwärts zu kommen unter dem tiefen hohen chako sah man kaum die gesichter zwei armselige naive bretonen gesichter mit ruhigen sanften blauen augen unterwegs redeten sie niemals ein wort sie beschäftigten sich beide mit demselben gedanken statt sich zu unterhalten denn sie hatten am rande des kleinen gehölzes von chamois ein fleckchen erde gefunden das sie an ihre heimat erinnerte wo sie sich wohl fühlten am wegekreuz der straßen von colomb und chaton wenn sie unter die bäume traten nahmen sie ihre kopfbedeckungen die ihnen schwer auf den schädel drückten ab und wischten sich die stirn auf der brücke von baison blieben sie immer einen augenblick stehen um die seine fließen zu sehen zwei oder drei minuten machten sie dort rast und beugten sich über das geländer oder sie betrachteten die große wasserfläche von argenteuil auf der die weißen vom wind niedergebeugten segel der boote dahin schossen das erinnerte sie vielleicht an das bretonische meer an den hafen von wann der in ihrer nachbarschaft lag und an die fischerboote die ins offene meer hinaus steuerten sobald sie über die seine gekommen waren machten sie ihre einkäufe beim fleischer bäcker und weinhändler ihr frühstück bestand aus einem stück wurst für vier sous brot und einem liter landwein das alles knüpften sie ins taschentuch aber sobald sie aus dem dorf heraus kamen schritten sie nur noch langsam dahin und dann begannen sie zu schwatzen vor ihnen lag eine kahle ebene auf der nur hier und da ein paar baumgruppen standen und jenseits der wall das kleine wäldchen das wie sie meinten so ausschaute wie das von kermarivant daheim weizen und haferfelder engten den schmalen weg ein der durch die junge saad sich hindurch wand und dann sagte jedesmal jean carderon zu luke le canidec das ist ganz so wie in plounivant ja genau so seite an seite schritten sie weiter die erinnerung an ihre heimat dämmerte in ihnen die heimatliche erde stieg vor ihnen auf naiv geschaut wie die landschaft auf billigen bunten bilderbogen sie erkannten irgendein stück feld eine hecke heideland einen kreuzweg oder ein kreuz aus granit wieder und jedes mal wenn sie an einem bestimmten grenzstein vorüber kamen blieben sie stehen weil er eine ähnlichkeit mit dem hühnengrabe von locneuf hatte luke le canidec riss jeden sonntag sobald sie an die ersten baumreihen kamen einen zweig von einem haselnussstrauche herunter und immer in der erinnerung an seine heimat schälte er ihn langsam ab jean carderon trug die lebensmittel ab und zu erwähnte luke einen namen erinnerte an irgend etwas aus ihrer kindheit bloß mit ein paar worten die ihnen lange zu denken gaben und die heimat die liebe ferne heimat schlug sie allmählich ganz in banden daß sie sich trotz der entfernung die sie trennte ihrer umrisse ihrer höhenzüge all der geräusche auf dem bekannten boden des dufts der grünen heide erinnerten über die die seeluft strich sie rochen nicht mehr die dünste des pariser düngers mit dem in den vororten die ganze erde bedeckt ist sondern ihnen war als zöge ihnen der duft des blühenden ginsters entgegen den die salzige luft in die weite trägt und die segel der boote die über dem uferrand auftauchten erschienen ihnen wie die segel der küstenfahrer die man bei ihnen daheim am anderen ende der weiten ebene auftauchen sieht lüg le ganidec und jean kerderon gingen zufrieden aber doch traurig ihres weges eine art traurigkeit überkam sie etwa wie das gefangene tier im käfig das der freiheit denkt und als lüg das kleine stöckchen abgeschält hatte kamen sie an die waldecke wo sie jeden sonntag frühstückten sie fanden die beiden ziegelsteine wieder die sie im gebüsch versteckt hatten und machten aus zweigen ein kleines feuer um ihre wurst an der messerspitze zu braten sobald sie gefrühstückt und ihr brot bis zum letzten rest aufgezehrt hatten blieben sie im grase nebeneinander sitzen sprachen kein wort blickten in die weite mit schweren augenlidern und mit gefalteten händen wie in der kirche die roten beine hatten sie neben dem blühenden mohn auf dem felde ausgestreckt und das leder an den chakos die metallknöpfe leuchteten unter der glühenden sonne daß die lerchen aufmerksam wurden die hoch oben im blau über ihren köpfen tirillierten gegen mittag begannen sie ab und zu nach dem dorfe baison aufzublicken denn die kuhmarkt mußte bald erscheinen jeden sonntag kam sie nämlich bei ihnen vorüber um ihre kuh zu melken und sie wieder in den stall zu bringen es war die einzige kuh in der ganzen umgegend die zur weide gebracht wurde auf eine schmale wiese etwas weiter hinab am waldessaume bald sahen sie das mädchen das einzige menschliche wesen das in der weite erschien und der sonnenblitz den ihr blecheimer herübersandte machte ihnen spaß sie sprachen niemals von ihr sie freuten sich nur sie zu sehen ohne eigentlich zu wissen warum es war ein großes kräftiges rothaariges mädchen sondern verbrannt ein rechtes kind der pariser gemarkung einmal sagte sie als sie sie wieder an derselben stelle sitzen sah guten morgen ihr kommt wohl immer hierher lügle ganidek der etwas unternehmender war antwortete ja wir ruhen uns hier aus das war alles aber am nächsten sonntag lachte sie als sie die beiden sah mit so einer art gaunerischer miene wie eine die ihre schüchternheit kennt und fragte was macht ihr denn da ihr wollt wohl das gras wachsen sehen lügle lächelte fröhlich und sprach kann schon sein sie antwortete es geht nicht sehr schnell was er antwortete noch immer lachend nee das kann man nicht gerade sagen sie ging vorüber aber als sie mit ihrem milchgefüllten eimer zurückkam blieb sie noch einmal bei ihnen stehen und fragte wollt ihr einen tropfen haben das ihr an zu hause denkt sie mit ihrem bäuerlichen instinkt vielleicht selbst fern von der heimat hatte ihre gedanken geahnt und richtig getroffen sie waren beide ganz bewegt da ließ sie mit einiger mühe etwas milch in den hals ihrer flasche laufen in der sie immer den wein mitbrachten und lüg trank zuerst mit kleinen zügen indem er jeden augenblick innehielt um nachzusehen daß er auch nicht die hälfte überschreite dann reichte er jean die flasche das mädchen blieb vor ihnen stehen die hände auf die hüften gestemmt den eimer zu füßen sie freute sich den beiden eine freude zu machen und dann ging sie davon und rief auf wiedersehen sonntag und sie folgten ihr mit den augen solange sie im gesichtsfelde blieb wie der hohe umriß ihrer gestalt sich entfernte kleiner ward und endlich im grün der landschaft verschwand als sie die woche darauf die kaserne verließen sagte jean zu lüg müssen wir ihr nicht etwas zu naschen kaufen und die frage was sie für das mädchen auswählen sollten setzte sie in große verlegenheit lüg war für ein stück wurst jean mehr für bonbons denn er liebte das süße seine ansicht drang durch und sie kauften beim nächsten kolonialwarenhändler für zwei sous weiße und rote bonbons sie frühstückten schneller als gewöhnlich in der erregung der erwartung jean sah sie zuerst und sagte da ist sie lüg antwortete ja da ist sie sie lachte schon von weitem als sie die beiden sah und rief na geht's euch gut und sie antworteten zur gleichen zeit und ihnen da fing sie an zu schwatzen sprach von all den dingen die sie beschäftigten vom wetter von der ernte von ihrer herrschaft sie wagten noch nicht ihr die bonbons anzubieten die allmählich anfingen in jeans tasche zu schmelzen endlich fasste lüg mut und meinte wir haben ihnen etwas mitgebracht sie fragte nu was dennne da zog jean rot geworden bis zu den ohren die kleine papiertüte hervor und gab sie ihr sie begann die zuckerstückchen zu essen schob sie von einer seite zur anderen im munde hin und her hinter die zähne dass man einen kleinen buckel auf der backe sah die beiden soldaten die vor ihr saßen blickten sie ganz bewegt und gerührt an dann ging sie davon ihre kuh zu melken und als sie zurück kam gab sie ihnen wieder etwas milch während der ganzen woche dachten sie an das mädchen und sprachen auch mehrmals von ihr am nächsten sonntag setzte sie sich neben sie um etwas länger zu schwatzen und alle drei hockten seite an seite nebeneinander blickten in die weite hinaus die hände über den knien gefaltet und erzählten allerhand geschichten und einzelheiten vom dorfe wo sie geboren waren während da drüben die kuh als sie sah dass das mädchen unterwegs halt gemacht hatte ihr den schweren kopf mit den nassen nüstern entgegen streckte und lange gedehnt mute um sie herbeizurufen das mädchen nahm bald von ihnen ein stück wurst an und einen schluck wein und oft brachte sie ihnen nun in der tasche pflaumen mit denn die pflaumenzeit war gekommen ihre anwesenheit machte die beiden kleinen bretonischen soldaten ganz munter die jetzt schwatzten wie zwei elstern da bat eines tages lügte ganidek um urlaub was er sonst nie tat und kehrte erst zehn uhr abends in die kaserne zurück jean machte das stutzig und er überlegte sich warum wohl sein kamerad ausgegangen sei am nächsten freitag hatte lüg von seinem bettnachbarn zehn schu geborgt bat wieder um urlaub und erhielt ihn auch auf ein paar stunden als er sich am sonntag mit jean auf den weg machte zum gewöhnlichen spaziergang sah er ganz seltsam aus ganz verändert kerderon verstand nicht was davor ging er hatte nur einen unbestimmten verdacht ohne recht zu ahnen was sie sprachen kein wort bis zu ihrem gewöhnlichen platz wo schon das gras niedergesessen und niedergetreten war sie frühstückten langsam sie hatten beide keinen hunger bald erschien das mädchen sie sahen sie kommen wie jeden sonntag als sie ganz nahe war stand lüg auf und ging ihr zwei schritte entgegen sie stellte den eimer zu boden und küßte lüg stürmisch schloss sie ihn in die arme ohne sich um jean zu kümmern ohne daran zu denken daß er da war ohne ihn überhaupt zu sehen der arme jean war ganz erschrocken und so verdutzt daß er gar nicht begriff was da geschah ihm war als sei in ihm alles umgewälzt sein herz wie zerstückelt und er verstand und verstand nicht was das bedeuten sollte dann setzte sich das mädchen an lugs seite und sie begannen zu schwatzen jean sah sie nicht an er erriet warum sein kamerad diese woche zweimal urlaub genommen hatte und er fühlte bitteren kummer fühlte sich wie verwundet die wunde die der verrat schlägt lüg und das mädchen standen auf um miteinander die kuh zu besorgen jean folgte ihnen mit den augen er sah wie sie seite an seite davon schritten die rote hose seines kameraden leuchtete auf dem wege lüg hob den schlegel auf und trieb den pfahl an dem das tier weidete fest in den boden das mädchen beugte sich herab um die kuh zu melken während er zerstreut das scharfe rückgrat des tieres streichelte dann ließen sie den eimer im grase stehen und gingen ein stück in den wald hinein jean sah nichts mehr als das laubdach unter dem sie verschwunden waren und fühlte sich so ergriffen dass ihm die beine den dienst versagt hätten wenn er versucht hätte aufzustehen unbeweglich blieb er sitzen erstaunen und kummer überfiel ihn ein tiefes naives leid wie ein kind er hätte weinen mögen davonlaufen sich verstecken niemand mehr sehen plötzlich gewahrte er sie wie sie aus dem unterholz traten langsam kehrten sie zurück hielten sich bei der hand wie die brautleute im dorfe lüg trug den eimer ehe sie sich verließen küßten sie sich noch einmal und das mädchen ging davon nachdem sie jean freundschaftlich abschied zugewinkt und ihnen verständnisvoll angelächelt und diesmal bot sie ihnen keine milch an die beiden kleinen soldaten blieben seite an seite sitzen unbeweglich wie immer schweigend ruhig ohne dass sich auf den starren linien ihrer gesichter irgendeine bewegung zeigte die sonne beschien sie warm ab und zu mute einmal die kuh blickte sie von weitem an zur gewohnten stunde standen sie auf um nach hause zu gehen lüg schelte eine haselrute ab jean trug die leere flasche und brachte sie zum weinhändler in baison dann gingen sie wie jeden sonntag über die brücke und blieben in der mitte stehen um ein paar augenblicke auf die wasserfläche hinab zu sehen jean lehnte sich weiter und weiter über das eiserne geländer als ob er unten im strome etwas erblickt das seine aufmerksamkeit erregt lüg sagte zu ihm du möchtest wohl daraus trinken als er eben das letzte wort gesprochen schien jean das gleichgewicht zu verlieren es war als zöge der kopf den körper hinunter die beine hingen in der luft beschrieben einen kreis und der kleine blau und rote soldat fiel jäh hinab schoss ins wasser und verschwand lüg war wie gelähmt verschrecken er war nicht fähig zu rufen er sah ein stück abwärts sich etwas bewegen dann erschien noch einmal der kopf seines kameraden an der oberfläche des wassers um sofort wieder unterzutauchen weiter stromab erblickte er dann noch einmal eine hand eine einzige hand die aus dem strome an die oberfläche kam und wieder untertauchte das war alles schiffer liefen herbei aber sie konnten die leiche nicht finden lüg kehrte allein zur kaserne zurück er lief spornstreichs und erzählte ganz verstört das unglück tränen in den augen mit erstickter stimme während er sich ab und zu schnaubte er beugt sich weit weit daß ihn der kopf ganz herunter zog und und da fällt er da fällt er mehr konnte er nicht sagen so überwältigte ihn die rührung wenn er gewußt hätte Ende von Die beiden kleinen Soldaten Gelesen von Hokus Pokus